Untertitelung im Auftrag des ZDF Dann wollen wir mal schauen. Gehen wir mal gucken. Dann kommen wir zum anderen Gebäude. Wir waren jetzt hier, ne? Hier einfach rauf? Ne. Da waren wir schon. Weiß gemacht, aber schon irgendwas erfüllt. Halt! Warte, dann fand ich da aber eine Kiste im Wasser. Halt! Ne. Kiste im Wasser können wir nicht ansammeln. Halt! Okay. Oh! Hey, frecher Fisch. Großer Fisch. Aber das heißt, den Fond zu essen, hm? Die Prozesse an der Guhle. Hm. Achso. Momente. Kreaturen. Und Geschichte der Stadt. Unsere Geschichte. Okay. 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 Kommt der irgendwo rauf? Noch nicht. Nix. Hm. so, da haben wir lang was irgendwie da haben wir irgendwie so huch, was war das? ok so, kommen wir mal in die Richtung oder ist das hier, wie ich nur einfach nach Hause? oder ist das nicht eine Aufgabe? fahr einfach mal ok, da kann man gucken ok, kann aber so spontan außer diesem großen Fisch jetzt nichts entdecken da haben wir was Neues freigeschaltet eine Kreatur, wunderbar was habe ich denn doch geschafft? unsere Geschichte Momente hm ok, wo muss das ja irgendwo robben oh, wie fahr ich denn? achso, ich wollte ja zu diesem Cuban fahren, ha, so eine Marker, aber die fahre nicht trotteln äh, was ist denn der Marker? die Richtung oh, ich weiß nicht, was ist das? oh, ich weiß nicht, was ist das? muss nur nach hause dann war die erste hause bringt das sein oder unser zuhause ja nichts machen und auch hier ich weiß jetzt nicht wo wir hin müssen keine ahnung kommen wir in die richtung das muss ja irgendwo hochgehen oder so man denkt es rauf hier ich will auch gehen hier ich will auch gehen hier hier haben wir hier ok ok noch ein bisschen schneller fahren wozu brauchen wir diese schnellere fahren warum wir doch gar nicht dringen noch gar nicht ich hoffe es kommt keine situation wo es um zeit geht da bin ich überhaupt kein fan von und da kam er im kreis gefahren irgendwo hier rauf gehen da bin ich doof dass das hier wohl keine Nullhinweise hier existieren wie man hier nur in ein Bad kommt ist nichts zum raufklettern da und so da könnte was sein aber wie komme ich hier rauf wie komme ich hier rauf ist irgendwas zum klettern kommen wir bis hier links hoppla nix hier ist rein gar nichts um hier rauf zu kommen nö da kommt man nicht rauf das ist schon ein bisschen schwierig gestaltet dass man nicht sofort erkennen kann auf welchem Gebäude man jetzt nur hinauf darf was war da was haben wir es Aber ich komme hier keinen Schritt weiter. Das Ding flimmert komisch, ne, wenn wir da hinfahren? Weißt du auch, hm, ich sehe dich. Ja, gleich. Komm gleich. Ich muss das hier eben kurz nochmal zu Ende bringen, ne. Hier geht es auch nicht weiter. Es geht hier nichts weiter, ich komme nicht weiter. Ja. Nix. Dann das hier. Falscher Richtung. Wieso fährt er jetzt in die andere Richtung? Ja, ich hasse es. Komm hier irgendwo rauf. Ne, kommen wir nicht auch nicht rauf. Das Gebäude ja fast einladend ist, untersucht zu werden. Aber hier ist nichts. Nix. Nix zum Hochklettern. Ich brauch was zum Hochklettern. Ja, gleich. Ich muss ja etwas zum Klettern finden. Das ist nichts zum Hochklettern. Warum nicht? Ja. Das ist ja Pech, ne, für dich. So. Wieso finde ich hier nichts zu klettern? Wo ist denn da? Aha. Tennisfeeder, hier Muttersatzteil oder so. Wollen wir hinfahren? Ah, noch mehr. Ich bin jetzt aber immer noch nicht weiter. Oh doch, hier. Hier bringt es uns weiter. Herrlich. So. Okay. Moment. Aua! Und da bist du hart und ich könnte sie schnell sprechen. Und dann bist du also gut genug oder was? Ich könnte sie schnell, einfach mal gucken. Aber bitte, ne? ... ... ... ... Entlassbuchung. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So sieht es ja auch schöner aus, als ne? So, machen wir. Mag ich erst lieber, wenn ich Spiele in der Geschichte zu erzählen habe, anstatt mich hier übertrieben stark herauszufordern, irgendwelche Jump-and-Run-Geschichten. Ich hasse es nämlich. Leichte Rätsel dürfen auch gerne dran sein. Mehr auch nicht. Was ist denn da los? Die können wir gar nicht weiter. Dann müssen wir da wahrscheinlich runter, ne? Jetzt müsste es ausschauen, ja. Wir machen da auch nicht hoch. Ich hoffe, ein Simps lang läuft da auf der Stelle. Nein, wäre ja auch zu einfach. Dann müssen wir hier runter. Oh Mann. Achso, wir müssen hier generell runter. Ja. Ich glaube, ja. Genau, wir gehen mal hier ganz runter. So, hier ist nur Geröll. Da haben wir nichts zu gewinnen. So. Dann hier ab. Mhm. Das ist wie ein Hospital. Da müssen wir ja was kriegen, ne? Von unseren Bruder. So. Hier sind ja ganze Bäume hier oben auf. Interessant. Kommen wir hier nirgends rein? Nein, wir müssen hier wieder irgendwo runter. Ja. 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 Das ist nichts. Da ist was. Ah. Das ist aber nicht, dass... Geschichte der Stadt. Okay. Unsere Geschichte. Momente. Okay. So, da haben wir das. Und nun? Wir haben noch nichts von unserem Bruder gefunden. Wir haben ihn da noch mal ein Stück heilen können. Hier kommen wir auch nicht weiter. Nö. Nur Gug kennen. Den nehmen wir rüber, aber... Da kommen wir nicht rüber. Und hier aus. Ach, hier müssen wir wieder hoch wahrscheinlich, ne? Hier ist sonst nichts weiter. Nö. Hier ist sonst nichts weiter. Wir müssen daher wieder hoch. Ah, da geht's weiter. Das war's, aber da kommen wir jetzt so einfach nicht hin, ne? Dann müssen wir da runter irgendwie. Ach. Hier runter. Ist klar. Da müssen wir 60 Objekte finden. Also noch 7.50 jetzt. Kein Meatpack. Und dann... Ja, siehst du. Das ist aber schön. Das hat wohl was zu heißen, dass du wohl nicht spielen sollst. Ja, scheint der Computer bestimmt zu haben, ne? Ah, der kommt wieder wo so bestimmt, ne? So. Ja. Äh, wie komme ich jetzt hier weiter? Hallo? Oh mein Gott! Psst. Da haben wir das jetzt. Hopp. Dann, und dann da runter. Muss ich da runter? Hopp. Oh, und hier runter, ne? Psst. Psst. Hm, ist mal hier so lang. So, wahrscheinlich muss ich jetzt gleich wieder Passwort eingeben. Ich ahne schon. Okay, dann gucke ich mal Passwort geschützt. Deswegen, wenn er abgestützt ist, dann bin ich jetzt bei dieser Hitze. Kann das so gut passieren. Also, ja, suboptimal. Also, wir sind wieder am Anfang. Okay. Das hat uns also nicht so wirklich was weitergebracht hier. Okay. Gut. Wir müssen also nach solchen Krankenpflanzen Ausschau halten. Da können wir wieder hochklettern. Und hier war jetzt leider nichts drin. Was, bitte? Nicht so viel erwartet eigentlich von. Da war nichts zu holen. Auf der anderen Seite. Aber die waren doch schon mal rum. Na, die ganze... Da brechen Fische hier. Äh, der Fiener. Klar. Hm. Da würde ich gerne mal rauf gehen, aber da gibt es keinen Aufgang. Da würde ich gerne mal rauf gehen. Da würde ich gerne mal rauf gehen. Hm, hm. Hopp. Nee. Hm. Muss da irgendwas geben? Wollen wir mal raufkladen können? Ah, hier. So, Moment. Hörst du auf. Gliess mal die Aussicht hier irgendwo. Mal sehen. So. Hm. Naja, was so Gliessen gibt. Dann muss ich mal pass auf wieder vergehen. Schiff. Dann muss ich mal schauen. Ja. Wollen wir mal rauf, dann. Vielen Dank. Okay. Kannst ja weitergehen. Dann kannst ja weitergehen. Mal schauen, wo wir stehen. Ich habe hier irgendwo rauf, ja. Ah. Okay. Da haben wir noch ein Stück der Geschichte gefunden. Das ist so ein Puzzle, ne? Ah, 22. Ah, die Geschichte der Stadt. Unsere Geschichte. Unsere Geschichte, da haben wir noch keine wilden Puzzleteile gefunden. Wir müssen auf jeden Fall viele Teile sammeln. Kreaturen finden uns nur noch zwei. Moment. Mal gucken, ob wir alles schaffen. Schnell, das müssen wir alles schaffen, ne? Hier ist weiter nichts. Ne, hier ist weiter nichts. Das ist alles, was übrig ist. Mehr ist hier nicht zu holen. Okay, aber wir haben es abgegrast. Hopp. Haben wir den schon? Oh, wir haben eine Map. Aha, das ist dann. Vorräte. Sollen wir noch mal hinfahren? Sind noch mehr Vorräte? Da sind wir uns. Dort. Ja, das muss das Gebäude sein. Das könnte wohl wiederhauen. Oder waren wir schon? Haben wir nichts gefunden? Muss dann ja da nochmal rauf. Ja. Hier müssen wir uns ein bisschen Vorräte sein. Hier kommen wir nichts rauf, ne? So, wieder die ganzen Licht nochmal. Und dann irgendwie... Ja, hier. So. Können die Vorräte sein? Wollen wir ein bisschen reinzoomen? Können die Fahrt ja nicht reinzoomen. Muss ja hier über uns sein dann, oder was? Wieder auf hier, das Ebene, ist ja nichts. Keine Vorräte. Dann muss das hier direkt über uns sein. Aber hier komme ich nirgends rauf. Nirgends rauf hier. Aber direkter Heizverräten geht's nicht. Ich muss ja irgendwas übersehen. Aber auf diesem Teil des Blocks muss es sein, ne? Komm her nicht hoch. Nur da geht's hoch. Na, hier hoch. Hier kommt er nicht weiter. Ah, Mann. Ich muss da irgendwie hin. Jetzt. Nicht hoch, rüber. Ach, du bist mir da verarschend, Göre. Kommt er immer noch nicht hin. Und so. Ah, wieder so ein Anfall von Rätseln hier. Was halt mir hier wieder auf den Sack geht eigentlich. So. So, und dann hier hoch. Das muss irgendwo Vorräte sein. Ja, wo? Ich sehe hier nichts. Hier ist nichts. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Aber es hätte doch hier sein müssen. Es muss hier sein, irgendwo. Und da sind wir gekommen. Es geht aber nicht höher. Oh, Mensch. Was soll denn das? Ganz oben wahrscheinlich. Ganz nach oben kommen wir nicht. Die von hier aus. Ach, scheiße. Und da kamen wir. Ganz nach oben irgendwie. Es ist noch ein bisschen unklar, wie ich da hinkomme, wo ich hin will. Hier. Hm. Das war's für heute. Wie sonst im Glück geht das nicht um Zeitung? Wir hören noch nicht. Da geht es noch hoch. Okay. Da wollen wir auch schon. Da ist auch kein Deut weiter hier. Händen wir irgendwie hochkommen. Ja, hier wollen wir auch schon. Da drücken wir aber auch schon. Wo sollen die Vorräte denn sein? Da ist abgesucht schon. Ja, gut. Also wir ganz oben und war hier auch nichts. Da gibt es ja immer noch rauf hier irgendwo. Da ist es rauf noch, ja. Da geht es hier irgendwie auf die Kuppel rauf oder rein. Ich glaube, rein geht es nirgends. Das Spiel hält sich nur außen auf. Auf jeden Fall ist hier kein Altkraut zu finden. Ah, ein Schmerzen. Das muss aber irgendwo hier sein. Da habe ich gerade so etwas sein. Hallo. Da drüben. Das ist aber nichts. Wir werden uns sehr verarschen. Da braucht es schon. Da braucht es auch nichts. Da ist auch nichts zu sehen. Oben? Über uns? Noch hier? Wahrscheinlich, ne? Ach, da geht es hoch. Da geht es noch höher. Also hier ist nichts. Was ist das? Da ist ein Baumchen. Aber sonst ist hier nichts. Interessantes zu sehen, ne? Hier ist es hier hoch. Was macht? Hoch. Ah, warte. Da kann ich jetzt hier. Muss da irgendwie runterkommen? Dazu muss ich wahrscheinlich erstmal hier rauf, um dann darunter zu kommen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay, haben wir es auch. Ich bin nötig uns dazu. Hä? Dann machen wir das schon. Hä? Oder? Oder, oder? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur einen Baum. Ja. Nur einen Baum. Ich verarsche mich, das Spiel gerade. Kann das sein? Nö, Mann. Oh, hübsch. Okay. Ich sehe mich hier. Kann man die auch irgendwie noch? Da lang. Da muss ich hin. Ah, ist ja noch weiter weg. Sag ich mir was. Da auch noch. Mhm. Einen schönen Auspung und 6-Punk-Traum hier, ne? Okay. 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 Ich hätte jetzt schon gerne noch ein A-Pack gehabt. Das war's. Wir können von dem Punkt aus nicht sehen, so. Achso, Quatsch. Was hier, ne? Jetzt war hier nicht, wenn ich auf der anderen Seite das Teil, was ich haben möchte, oder? Ja, hier war ich schon. Hier übrigens runter, woanders jetzt. Da war noch ein Teil, was ich gerne hätte. Woanders, wie komme ich denn da runter? Hier. Komm ich hinein. Ich muss doch irgendwie runterkommen, manch. Guck mal, wenn ich da runter eingehe. Das ist doch gar kein Weg da hin. Das passt nicht. Das passt alles nicht. Wie soll ich denn da runterkommen? Das ist zu weit weg. Da kommen wir auch nicht rüber. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist so eine Verarschung hier, diese... Da hinten ist ja irgendwas zum raufkommen. Ah. Aber ich muss doch so wieder runter irgendwie. Alles klar. Das ist alles nichts. Ich muss runter. Irgendwie runter. Da ist es. Das ist ein anderes Gebäude, kann das sein? Da kommen wir gar nicht hin. Von der Position aus. Nö. Aber warte mal. Nicht so weiter. Und eigentlich wieder runter. So. Jetzt gehen wir da mal ganz rum. Ja, das müsste passen. Du, ich habe ja schon gesagt... Hätsel hasse ich, ne? Ja, ja. Das habe ich schon gesagt. Auf. Runter mit dir, Mädchen. Okay. Wow, was habt ihr jetzt gesehen? Haben wir schon, ne? Schön. Schön ist hier. Schön ist hier. Hier ist da angekommen, wo wir hinwollten. Nö. Nicht so richtig, ne? Ich weiß jetzt ja auch nicht ganz, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind. Wo muss ich hin? Das ist die Frage. Ah, das geht. Ja, die hat ja ganz schön viel Erfahrung, ne? Klettern. Das war jetzt. Das erste geht nur rauf jetzt, das mal. Okay. Gehe ich jetzt weiter? Ja, ich bin weiter. Ich bin angekommen. Jetzt haben wir noch was zugekommen. Zur Geschichte. Scheint so viele da trunken. Okay. War das. Aber hier haben wir auch kein Meatpack, ne? Nein. 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 Jetzt kommen wir hier rauf. Und diese Stelle ist auch kein Meatpack. Da geht's noch weiter. Sonst haben wir hier nichts weiter. Oh, das ist was. Ah, da gibt's noch was. Nein. Haben wir nicht, ne? Nein, das war's. Das war's. Das war's. So, wir haben hier haltes abgesucht. Es ist hier nichts mehr. So, ein Mist. Also müssen wir nur, kommen wir nur zurück. So. So, ein Mist. Mist, Mist, Mist. Hm. Alles wieder zurück. Äh, wie lässt sich ist das denn? Ich bin grad eingetickert. Und wir hoch, hoch. Achso, da auch jetzt. Ach, da ist auch noch was. Das hab ich gar nicht gesehen. Das hab ich gar nicht gesehen. Das hat auch noch was. Das soll die Kamera wieder nicht schwenken. Der Hund. So. Oh, da haben wir wieder was. Ein Stück Geschichte. 26. Im Siebentüttel haben wir schon mal. So, nun. Da haben wir noch kein Beatpack. Gucken wir aber noch nicht weiter. Ah. Geht's runter? Ne. Geht's nur zurück. Oh, doch geht's runter. Ah, da geht's runter. Ah, da geht's runter, so. Hopp. Und dann gehen wir hier runter. Hopp. Wir haben es auch wirklich gleich geschafft. Achso, ja. Hier geht's hoch wieder. Was hat sie in allen Richtungen gucken, ne? Was kommt? Oder uns ist da wegs? Ja, wo es heißt, wir schenken können. Ah, so. Ich weiß, wer mich darin getriggert hat. Gleich mal. So, runter ging's nicht, weil ich weiß. Ne, runter ging's nicht, das ist nur Fake. Das ist nur ein, um Ehre zu leiten. Wir kommen auf der, ah, auf der Weg jetzt auch. Ach, da, da wieder rauf? Ne, wir müssen die Leute runtergehen jetzt, ne? Wieder zum Boot zurück. Nein, wir müssen da hoch. Kein anderer Weg. Wir müssen hoch, runter, runter, wieder hoch. Man ist es dann wieder ein Kletter genervt, schon ein bisschen nervig. Ich kann schon wieder die Kamera nicht schwenken. Warum auch immer. Es ist mir jetzt nicht erlaubt, die Kamera zu schwenken. Jetzt kann ich wieder. Okay, da gibt's auch nichts, was wir machen können. Ich glaube, wir müssen wieder hoch, ne? Wir müssen wieder hoch, die ganze Geschichte. Und, so. Ich glaube, wir müssen wieder hoch, oder im Auto-Gräuschen gehört. Ah, da ist ein Fahrrnmädchen. Hier waren wir auch schon, oder? Meine ja. Nee, meine nicht. Doch nicht. Alles da. Gott sei Dank. herrlich. Feuer. Feuer ist gut. Feuer bringt Wärme. Oh Mensch, Junge. Da haben wir Schmerzen. Viel Garten. Okay. Wir sollten uns schlafen anlegen. Alles klar.